Eigentlich wollte ich mit diesem Video eigentlich sagen, warum es am Samstag keinen Stream gab, was ich am Wochenende so alles gemacht habe und was eigentlich noch diesen Samstag kommen wird. Aber ich bin gerade so richtig wütend, was nämlich alles passiert ist, beziehungsweise was nicht passiert ist. Aber wir sollten lieber von vorne anfangen. Ich war dieses Wochenende in Salzburg, um meine Freunde zu treffen und zur dortigen Videocon zu gehen. Leider kannte ich mich in Salzburg überhaupt nicht aus, weswegen ich auf einer meiner Freunde dort eingewiesen war. Der Hauptgrund, warum ich wirklich so richtig wütend bin, ist ein ziemlich privater, den ich eher hier auf YouTube nicht erzählen möchte. Aber um mein Videomaterial, was ich zu einem Miniflog eigentlich umfunktionieren wollte, zu verschwinden, werde ich euch ein bisschen darüber erzählen, was ich eigentlich darauf genommen habe. Das erste Clip ist einfach nur auf nach Salzburg, weil da bin ich halt in den Zug gestiegen. Dann Bye Bye Vienna, weil ja, da war ich im Zug. Es war gerade eine Minute, bevor er abgefahren ist. Dann habe ich noch zwei während der Fahrt gemacht. Und zu guter Letzt, den habe ich heute, während ich das hier aufnehme, einfach nur, um zu sagen, ja, jetzt fahre ich nach Hause. Aber nun zum letzten Punkt, was ich auch zum eigentlichen Video, was ich ja machen wollte, noch sagen wollte. Und zwar, diesen Samstag werde ich im Stream nicht nur das Spiel spielen, was ich eigentlich für den letzten Samstag geplant hatte, sondern auch das Spiel, was ich für diesen Samstag geplant habe. Also sozusagen zwei Spiele in einem. Yay! Ah, ist ja wirklich. Und damit ich mich ein bisschen berühren kann von dem ganzen Mist, der passiert ist, und während ich das natürlich auch schneide, hier ein kleines, wie ein kurzes Video, was ich ja irgendwo auf YouTube gefunden habe. Bis zum nächsten Mal. Aja, Dermann. Aja, Dermann. Aja, Dermann.